Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Altstadt. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 45 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 900 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Und dann Sie wieder an den Foto klären, das wir befinden. Und dann ist der Ort mit der Mödenküpfung an. Die Mödenküpfung an. Mit dem die Mödenküpfung an. Vielen Dank.